Bist du schon mal von Menschen enttäuscht worden? Ich bin gefühlt so oft von Menschen enttäuscht gewesen, dass ich oft das Vertrauen in andere verloren habe. Wie konnte diese Person das nur tun oder das hätte ich von der Person nie erwartet, sind oft meine Gedanken und Worte. Aber ganz ehrlich, am häufigsten bin ich von mir selbst enttäuscht. Ich hatte mir vorgenommen nie wieder und dann ist es doch wieder passiert. Ich wollte damit aufhören, aber dann habe ich mich wieder dabei erwischt. Bevor wir vorschnell auf andere mit dem Finger zeigen, sollten wir auf uns selbst schauen. Ich finde die Illustration gut, wenn du auf andere den Zeigefinger richtest, zeigen drei Finger auf dich selbst. Das hat mich schon oft davor bewahrt, über andere zu hart zu richten. Wer kann schon für sich selbst garantieren, geschweige denn für andere? Im Deutschen gibt es das Sprichwort, ich lege für den die Hand ins Feuer. Damit will man für jemanden garantieren, oder bürgen. Aber kann man das? Erst recht, wenn man die Person nicht gut kennt? Salomo gibt seinem Sohn einen Tipp fürs Leben. Wir lesen in Sprüche Kapitel 11, Vers 15, wer für einen anderen bürgt, der wird Schaden haben. Wer aber sich hütet, Bürger zu sein, geht sicher. Also der 25. Tipp fürs Leben heißt, lege für niemand, den du nicht kennst, die Hand ins Feuer. Aber was heißt das nun konkret? Sind damit Bürgschaften jeder Art ausgeschlossen? Wenn wir hier in den hebräischen Text hineinschauen, dann warnt Salomo seinen Sohn zunächst und vorrangig vor dem Bürgen für Fremde. Also es geht hier nicht darum, dass man grundsätzlich für niemanden eintreten sollte, sondern nur, wenn man die andere Person nicht kennt. Begib dich nicht in ungewisses Fahrwasser. Garantiere für keinen, den du nicht kennst. Das ist weder lieblos noch fremdenfeindlich, sondern das ist weises Handeln im menschlichen Miteinander. In Sprüche Kapitel 6 beschreibt Salomo diesen Tipp fürs Leben mit den Worten, Mein Sohn, hast du dich mit Handschlag dazu verpflichtet, für die Schulden eines Fremden aufzukommen? Bist du an ein Versprechen gebunden, das du gegeben hast? Sind deine eigene Worte dir zur Schlinge geworden? Dann gibt es nur einen Rat. Versuche so schnell wie möglich davon freizukommen. Der Gläubige hat dich in seiner Gewalt, also geh zu ihm hin, bestürme ihn und bitte ihn so lange, bis er dich freigibt. Schiebe es nicht auf, gönn dir keine Ruhe. Versuche mit allen Mitteln dich herauszuwinden, wie ein Tier aus der Falle des Jägers. Natürlich denkt Salomo zunächst an eine finanzielle Verpflichtung, die du eingegangen bist für einen Unbekannten, der im schlimmsten Fall dich einfach nur ausnutzen will. Das wäre genauso, wie wenn du dein Auto auf dem öffentlichen Parkplatz nicht abschließen würdest. Oder wenn du zur Arbeit gehst, die Haustür einfach offen stehen lässt. Das macht man nicht. Dein gut gemeintes Verhalten kann von bösen Menschen missbraucht werden. Dieses Prinzip gilt auch für Worte oder Taten eines anderen. Wenn du jemanden nicht kennst, garantiere nicht, dass er so etwas nie gesagt oder getan haben könnte. Das ist naives und fahrlässiges Verhalten. Hier ist nicht die Rede, dass wir nicht anderen helfen oder unterstützen sollen. Ganz im Gegenteil. In Israel sollte man sogar sich gegenseitig materiell und finanziell helfen, ohne sogar Zinsen zu nehmen. Gott verbietet den Wucher mit der Not des anderen. Aber blindes Vertrauen und Zusagen, die du im schlimmsten Fall selber nicht erfüllen kannst, binden dich und nehmen dich in die Pflicht, weil du für jemanden haften musst, den du nicht kennst. Deshalb sagt Salomo, wer aber sich hütet, Bürger zu sein, geht sicher. Lebe weise und sei umsichtig. Die Warnung ist klar. Lege für niemand die Hand ins Feuer, den du nicht kennst. Ich habe noch eine gute Nachricht. Während wir für niemanden die Hand ins Feuer legen sollten, legt Gott für uns die Hand ins Feuer. Gott birgt für uns. In dem Pfeserkapitel 1 lesen wir, dass der Heilige Geist, der in jedem Christen wohnt, die Anzahlung für unser Erbe im Himmel ist. Also Gott garantiert uns den Himmel. Und warum würde er das tun? Na zunächst einmal, weil Jesus für uns bereits den vollen Preis bezahlt hat. Er ist für uns gestorben, damit wir leben können. Außerdem sind wir keine Fremden mehr. Wir sind Gotteskinder. Er kennt uns. Er liebt uns. Und er will, dass wir 100% sicher sind, dass wir im Himmel ankommen werden. Und so wie jeder Hersteller für sein Produkt garantiert, so garantiert Gott uns, dass wir in der Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen werden. In diesem Sinne birgt Gott für uns. Das können wir auch tun, wenn wir jemanden kennen und lieben. Aber für einen Fremden legt nicht die Hand ins Feuer. Dann lebst du weise und gehst auf Nummer sicher.